Da kommen sie, den heißen Dieter, zu Willi, die Juden und der Hans. Das wird's passieren selber. Das, das, dies, das, G8, Heinz Rühmann. Hat er gescheppert in der Kaul. Stippfutzen, Stippfutzen, Wickel und Stippfutzen, Werner. Mit Standgepläse. Der Fuß ist zu, Abtreter. Hä, du kannst mich nicht weg, G8. Wo sind sie denn? Ah, der hat den Kleiner. Ja, du Schäfer, den der Kaul. Die Töpfe, schreiß aus der Kaul. Hispfe, schreiß aus der Caul. Das ist ja nicht die Tür! Vielen Dank.